Hallo, heute mit der Skier-Quest der Erpresser oder im Englischen der Extortionist. Für die Quest schickt uns Skier auf Sol-Gelände oder im Englischen Customs. Hier müssen wir zunächst uns einen Schlüssel besorgen. Dieser liegt in einer Leiche, markiere ich euch hier auf der Map. Mit dem Schlüssel im Gepäck bewegen wir uns zu der Hütte, in dem die Dokumente liegen, die Skier benötigt. Die Hütte ist in der Nähe von Warhouse 4. Haben wir die Dokumente, müssen wir diese nur noch nach dem Raid bei Skier abgeben. Ich hoffe ich konnte euch mit dem Video helfen, falls ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht mir ein Abo da zu lassen. Ciao, bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.